Pistenbully Zu Beginn der 80er Jahre wurde Käsbohrer vom Deutschen Polarforschungsinstitut mit der Entwicklung eines Polarfahrzeuges beauftragt. Seitdem sind Pistenbully unter extremen Bedingungen in der Antarktis im Einsatz. Die Anforderungen an das Fahrzeug sind mit Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius sehr hoch. Der Pistenbully wird von Expeditionsteams der ganzen Welt zur Versorgung, als Räum-, Zug- oder Konstruktionsfahrzeug und auch als Schlafstation eingesetzt. Erfahrene Servicemonteure der Käsbohrer Geländefahrzeug AG begleiten die Einsätze am Südpol jedes Jahr über mehrere Monate. Bis heute sind wir weltweit führend in der Weiterentwicklung des Pistenbully Polar Allrounder. GRCC PR ID v. ARIT 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 Android